Oh, sie fühlt sich gut an. Ihre Hand ist so geschmeidig. So eine makellose und zarte Haut ist sehr selten, das können Sie mir glauben. Dazu schneeweiß und äußerst elegante Finger. Ich, ich würde sie gerne in meiner Wange reiben. Hä? Ich bitte sie auch. Das hilft mir wirklich. Es ist sehr beruhigend für mich. Haben Sie die Mona Lisa gesehen? Als ich ein Kind war, durfte ich dieses Gemälde in einer Kunstsammlung bestaunen. Ich erinnere mich noch gut an diesen Augenblick. Es war, wie soll ich das am besten ausdrücken? Es ist vielleicht etwas vulgär, aber ich sage Ihnen nur die Wahrheit. Ich hatte einen echten Ständer. Ich habe mir einen Druck besorgt und ihn so zugeschnitten, dass nur die Hände zu sehen waren. Und Ihre zarten Hände würde ich auch gern mitnehmen.